E-Mail ist das Tool, was wir im Business am meisten verwenden. Wir verbringen einen Haufen unserer Zeit in unserem E-Mail-Client und da sollten wir einen Client benutzen, der bestmöglich zu unseren Anforderungen passt. Auf dem Mac nutzen die meisten in der Regel Apple Mail und ansonsten ist das beliebteste Tool mit Sicherheit nach wie vor das gute alte Outlook. Aber sind das wirklich die besten Lösungen und was bietet die Konkurrenz? Das werden wir uns heute anschauen. Ich habe das Video unterteilt in erstens, was gibt es an kostenlose Varianten, zweitens, was gibt es an Abo-Modellen und drittens, was gibt es für Tools mit aktuellen Funktionen, auch wie KI-Funktionen, die als Lifetime-Deal derzeit erhältlich sind. Der Standard E-Mail-Client von Apple ist mit Sicherheit ein gutes Tool. Es ist nahtlos in das System integriert und ich habe das sehr lange sehr gerne eigentlich genutzt. Das Problem ist nur, in dem Augenblick, wenn ich wirklich etwas mehr brauche, also mehr als ein Postfach habe und Business und Privates voneinander trennen möchte, wird das Ganze etwas unübersichtlich und mir fehlen dann doch ein paar Dinge, die für mich relevant sind, wie zum Beispiel eine sichere Verschlüsselung, falls ich das mal brauche. Ich möchte einen Gruppenordner erstellen für meine privaten Accounts und einen Gruppenordner erstellen mit einer All-In-Inbox für meine Business Accounts. Außerdem möchte ich Tags vergeben und im besten Fall auch gleich To-Dos und meinen Kalender dort integrieren. Apple E-Mail sicherlich ein tolles Tool für Privatanwender, im kleinen Business-Bereich auch eine sinnvolle Sache. Ansonsten schauen wir uns an, was der Markt darüber hinaus bietet. Dann gibt es natürlich die Klassiker wie Gmail und die ganzen Free-Anbieter, die lasse ich an dieser Stelle aber raus. Gmail habe ich nur einmal als Repräsentant für diese Gruppe gezeigt, aber ganz ehrlich, im Business-Bereich wollen wir nicht mit einer Gmail-Adresse arbeiten, sondern mit unserer eigenen Adresse und von daher fallen diese Dienste in der Regel weg. Spannend als Free-Tool ist hingegen Thunderbird. Thunderbird finde ich durchaus interessant. Es sieht zum einen sehr schön aus. Ich habe sehr viele Möglichkeiten das Ganze aufzubröseln. Ich kann hier Tags vergeben, was für mich interessant ist. Ich kann gute Regeln erstellen. Das ist ein Free-Produkt. Das finde ich auch genial an dieser Stelle. Ich kann hier diese Ordner mir selber anlegen, Local-Ordner anlegen, dort Regeln erstellen, was wo rein landen soll. Und das Ganze ist natürlich für Linux, Windows und Apple verfügbar. Mit Sicherheit ein extrem spannendes Tool. Kommen wir jetzt zu den professionellen Lösungen mit Abo-Modell. Da ist im Business vor allem das Tool Missive interessant, weil dies hat eine Team-Inbox und einen Chat integriert und das erleichtert natürlich die Zusammenarbeit ganz enorm. Und man hat hier die Inbox seines E-Mail-Programms nicht nur als E-Mail-Programm, sondern ich kann hier wirklich das als Kommunikationszentrale nutzen und kann verschiedene andere Tools sparen, wie Slack und all diese Dinge. Ich habe wirklich hier meine Konzentration auf das Thema Kommunikation und habe alles an einem Ort. Finde ich extrem genial gelöst. Das Design gefällt mir sehr gut. Es ist hier sehr klar, alles aufgeräumt, wie man das kennt. Ich habe hier links meine Seitenleiste, dann habe ich hier meine Inbox und ich habe hier eben das Ganze in Form einer Diskussion. Und das finde ich schön, dass man hier eben nicht tausend E-Mails hat, die man dann durchforsten muss, sondern man hat alles auf einen Blick, was in diesem Chat gerade passiert zu diesem Thema. Finde ich gut gelöst. Natürlich gibt es hier den hell und dunkel Modus und man kann hier auch switchen. Das ist zwar ein bisschen eher nebensächlich, aber für manche ist das die wichtigste Entscheidung, ob ich von hell auf dunkel stellen kann. Und ja, man kann das. Kommen wir zum Preis. Missive kostet in der Starter Edition 14 Dollar. Hier habe ich allerdings nicht die Dinge drin, die wirklich wichtig sind. Und das ist vor allem das Thema Regeln. Und das ist jeder, der mit einem Programm arbeitet, weiß, es ist wichtig. Man muss Regeln erstellen können. Man muss diese Rules haben, um Workflow zu automatisieren. Ich bin also hier bei dem Tarif für 24 Euro. Das ist das, was ich tatsächlich brauche. Und möchte ich hier noch das Thema Sicherheit berücksichtigt haben, bin ich bei 36 Euro. Das heißt, pro Nutzer bin ich bei Minimum rund 300 Euro im Jahr. Und das ist nicht gerade wenig. Kommen wir zum nächsten Tool. Das ist auch nicht viel preiswerter. Das ist Superhuman. Superhuman ist derzeit extrem beliebt, weil es über intelligente Regeln das Postfach aufräumen soll. Und im Business bedeutet das, hey, wir sparen jede Menge Zeit, wenn über die AI unser Postfach aufgeräumt wird. Und zwar wird automatisch genau geschaut, was kommt gerade rein in unsere Inbox, wo gehört das wirklich hin, was ist für uns gerade wichtig, was müssen wir bearbeiten und was könnten wir vielleicht auch andermal machen und hier im Sinne einer To-Do-Liste verschieben. Finde ich genial gelöst. Außerdem habe ich die Möglichkeit, wirklich alle andere Tools hier in einer Inbox dann zusammenzufügen. Nutze ich zum Beispiel Gmail oder Outlook, ist das kein Problem. Ich kann diese in diesem E-Mail-Client sauber zusammenbringen. Größter Vorteil ist hier sicherlich die Funktion AI, auch wenn das hier gerade grafisch auf der Seite nicht so richtig funktioniert. Ah, ich versuche es mal dazwischen zu erreichen. Ne, wir müssen uns das denken. Da gibt es gerade einen Bug auf der Seite. Okay. Jedenfalls das Thema AI ist hier voll integriert. Das finde ich sehr genial. Und das ist jetzt, wenn ich ein aktuelles Tool mir zulegen möchte, ein Kaufgrund für mich, dass ich eben ChatGPT oder Cloud oder was auch immer direkt in meinem E-Mail-Client verbunden habe. Das ist also eine Entscheidung für mich für ein solches Programm, weshalb ich derzeit eben nicht sowas wie Thunderbird oder iCloud oder Gmail nutze. Die werden zwar nach und nach auch in diese Richtung gehen, aber wenn ich jetzt eine Investition tätige, dann möchte ich die AI-Funktion bereits integriert haben. Das Problem bei Superhuman ist, es ist halt auch ein Abo-Modell und das ist auch nicht preiswertig. Möchte ich wirklich erweiterte AI-Funktionen haben, dass ich hier in den Dialog kommen kann, also Ask AI, das ist die Funktion, die interessant ist, dann bin ich bei 400 Euro im Jahr. Das ist echt eine Nummer. Dafür habe ich halt eine Funktion, dass ich die AI fragen kann, hey, pass auf, wann hat mir denn der Marco letzte Mal eine E-Mail zum Thema E-Mail-Marketing geschickt? Und dann wird das rausgesucht und zusammengefasst und dann kriege ich das alles angezeigt. 400 Euro dafür im Jahr ist aber echt ein Stiefel und deswegen habe ich dies nur ausprobiert, aber nicht gekauft. Outlook ist hier ein weiteres Tool, auch das ist im Abo-Modell enthalten. Wer in der Microsoft-Welt unterwegs ist und hier alles in der Microsoft-Welt hat, ist hier sicherlich gut aufgehoben. Wer allerdings andere Tools nutzt, vor allem wenn ich dann vom Mac komme und dann habe ich eben meinen Kalender vom Mac oder ich nutze den Google-Kalender, dann habe ich halt andere Tools, die ich im Alltag benutze, die ich in Outlook leider nicht ohne weiteres integriert bekomme. Ja, ich kann hier natürlich Outlook auch auf dem Mac installieren. Ich kriege dazu auch eine iOS-Version mittlerweile, auf dem Windows sowieso, da kommt die ganze Welt her. Aber ich finde, dass Outlook hier noch ein bisschen zu sehr eingeschränkt ist. Abgesehen davon ist natürlich Outlook eines der besten Tools, die es zum Thema E-Mail gibt, gar keine Frage. Es ist sauber, es ist aufgeräumt, es ist seit Jahren bewährt. Und ich habe auch hier mittlerweile einen Co-Pilot, der mit KI mir hilft, hier Ordnung zu halten, in Diskussion zu kommen. Der hilft mir dabei, meine E-Mails zu erstellen, lange Unterhaltung einmal sinnvoll zusammenzufassen oder wenn ich hier eine E-Mail vorbereitet habe, diese einfach nochmal durchzuoptimieren. Also Outlook bleibt hier aktuell nach wie vor eines der Tools, die man im Blick behalten sollte, vor allem wenn man in der Microsoft-Welt unterwegs ist. Preislich sind wir hier bei 20 Euro. Wer darüber hinaus dann auch gleich die ganze Suite haben möchte, hier sehen wir unten das zusammengefasst, inklusive Word, PowerPoint, jada, 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 all die Tools. Da bin ich dann bei 70 Euro pro Jahr aufgepasst. Das sind Preise pro Jahr, nicht pro Monat. Das ist natürlich sehr interessant für 20 Euro pro Jahr. Da kann man nicht meckern. Damit ist Outlook bei den Tools, die ein Abo-Modell haben, mit Sicherheit das preiswerteste Tool, das ich derzeit hier gefunden habe. Das nächste in der Liste ist deutlich moderner als Outlook. Das ist Spark. Spark habe ich lange selber genutzt. Ein geniales Tool von Raddle. Raddle ist bekannt dafür, dass sie einfach gute Tools erstellen. Sehr modern, sehr tolle Funktionen drin, die AI wunderbar integriert. Ich habe hier die Möglichkeit, alles sauber durchzuorganisieren. Ich kann Dinge schnell zur Seite packen, die ich später machen möchte, mich daran erinnern lassen, dass ich noch was machen möchte. Ich kann den Fokus mit Spark wunderbar setzen. Darüber kann ich Newsletter gleich rausziehen. Die werden automatisch erkannt in eine Extra-Inbox gepackt, dass mich das von meinen Arbeits-E-Mails nicht ablenkt. All das ist wirklich wunderbar gelöst und ein tolles Tool vom Design finde ich extrem schick auf der Höhe der Zeit. Und die AI-Funktionen geben dann auch noch das letzte Quäntchen dazu, um aus einem guten Tool ein absolut geniales Tool zu machen. Preislich gesehen ist das auch ein sehr, sehr fairer Preis. Ich habe hier einmal eine kostenlose Variante. Da fehlen dann allerdings die AI-Funktionen und wichtige Dinge wie der Gatekeeper. Gatekeeper-Funktionen sind für mich essentiell, um Spam in der Inbox zu bewältigen. Das heißt, ich möchte Sender nicht nur in den Spam schicken, sondern gleich den Sender blockieren, damit ich nicht ständig den in den Spam-Ordner packen möchte. Sondern ich brauche hier wirklich eine Blacklist, dass ich sage, okay, von den Kollegen möchte ich nichts mehr sehen. Wenn ich das haben möchte, bin ich hier beim Premium-Tarif und der liegt bei 6 Euro rund im Monat. Das sind 70 Euro im Jahr. Auch da kann man nicht meckern und habe dafür wirklich ein extrem geniales Tool. Okay, das ist also Spark. Das nächste Tool auf meiner Liste ist ProtonMail. ProtonMail ist vor allem für diejenigen gedacht, die extrem Wert auf Verschlüsselung legen. Ich habe hier ein Tracking mit drin, die Daten bleiben privat. Das ist hier der große Vorteil von ProtonMail. Das Design selber sieht auch super schick aus. Also es ist eine tolle App. Alles ist clean und aufgeräumt, wie sich das für eine aktuelle App gehört. Und ja, der Preis der Proton App ist hier bei 10 Euro im Monat. Das wäre die Unlimited-Variante für einen Benutzer, also pro Nutzer dann an dieser Stelle. Oder wenn du das zu zweit nutzen möchtest, dann für 15 Euro. Wem hier ein kleiner Einstiegstarif reicht, der ist dann eben auch da bei 4 Euro dabei. Da habe ich dann aber diese VPN-Variante und den Pass nicht mit drin. Das sind ja gerade die Sachen, die dann die ganze Geschichte so sauber verschlüsselt machen. Also da wäre der 10 Euro Tarif der, den man hier bei Proton vermutlich dann auch nehmen möchte. Bin ich also bei 120 Euro im Jahr. Okay, wir nähern uns dem Ende. Ich habe hier noch rausgesucht Spike. Spike wird von vielen derzeit gehypt, weil ich hier unter anderem so schöne Sachen drin habe, dass ich hier auch Notizen mit integrieren kann in meine App. Und das ist ein schöner Ansatz. So habe ich die Möglichkeit, wirklich nicht nur die Mails zu bekommen, sondern mit diesen Mails etwas anders auch zu interagieren. Natürlich ist auch hier dann die AI-Funktion integriert. Wie gesagt, das wäre für mich ein Entscheidungsgrund für eine App, wenn ich jetzt eine neue kaufe. Das Ganze ist sehr schick gemacht. Ich kann hier sogar Video-Meetings direkt in die App integrieren. Hier wird Kommunikation im wahrsten Sinne groß geschrieben, hier in dem Fall allerdings klein geschrieben, aber du weißt, was ich meine. Die Idee ist, dass ich hier eine komplette Business-Zentrale bekomme, um meine komplette Kommunikation im Team zu verwalten. Das Ganze auf eine sehr angenehme Art und Weise, dass ich hier Spike nicht nur als E-Mail-Klein sehe, sondern wirklich als das Go-To-Instrument in meinem Setup, was viele andere Tools ersetzen soll, wie Slack oder wie Meeting-Software und all solche Dinge. Das bekomme ich hier alles zusammen. Preislich gesehen ist das dafür extrem preiswert. Für 5 Euro im Monat bekomme ich hier die Unified Inbox. Ich kann hier also drei E-Mail-Adressen integrieren, kann 5 Leute im Team-Call haben. Das reicht für die meisten aus. Meistens ist es ein One-on-One-Call, also alles das, wie es sein sollte. Dieser Tarif sollte für die meisten ausreichen. Hast du wirklich mehr E-Mails, die du integrieren musst, dann wärst du mit 10 Euro dabei. Nach wie vor auch ein genialer Preis. Vor allem wäre hier künftig auch noch das Recording der Calls gleich mit integriert. Also mit Sicherheit auch ein toller Preis für ein tolles Tool. Okay, alle Tools, die ich hier vorgestellt habe, sind meines Erachtens tolle Tools fürs Business. Das Einzige, was mich stört, ist, es sind alles Abo-Modelle. Ich hätte gerne ein Tool, wo ich einmal eine Investition habe und dann einen lebenslangen Zugang habe. Und hier habe ich dir drei weitere herausgesucht, die ich sehr gut finde. Die habe ich alle drei ausprobiert und mich jetzt für eins entschieden. Welches das ist, erfährst du gleich. Kanarimail selbst ist extrem aufgeräumt und über alle Endgeräte hinweg verteilt, synchronisiert. Das ist natürlich sehr praktisch, dass du so auf jedem Gerät immer alles verfügbar hast. Über die AI kann ich mir E-Mail-Verläufe rasch zusammenfassen lassen. Ich habe meinen KI-Piloten. Hier kann ich meine komplette Datenbank mit einem kurzen Hinweis durchsuchen lassen. Oder ich kann mir E-Mails vorschreiben, korrigieren lassen, vorgefertigte Antworten sauber ausformulieren lassen. All diese Dinge. Schön ist, dass ich meine kompletten E-Mails hier integrieren kann. Nicht nur die, die hier in der Seite aufgelistet sind. Ich habe einen eigenen Server, die ist hier nicht aufgelistet logischerweise. Bekomme diese aber ebenfalls problemlos in das System integriert. Dann habe ich auch hier eine Fokus-Sektion. Ich kann mir alle E-Mails anzeigen lassen. Das, was für mich relevant ist, das, was fürs Team ist, ob gerade E-Mails drin sind, auf die ich antworten muss. All diese Dinge sind hier ebenfalls mit integriert. Ich bekomme hier einen automatischen Massenreiniger. Der schaut meine E-Mails alle durch und prüft, was in den Mülleimer kann bzw. was vielleicht für später relevant ist. Was Newsletter sind, die nicht die absolute Aufmerksamkeit in diesem Augenblick bedürfen. Habe ich meine E-Mails geschickt, bekomme ich eine kleine Analyse noch dazu an die Hand. Sind die E-Mails angekommen, wurden die E-Mails gelesen, all diese Dinge. Ich kann natürlich auch sagen, hey, pass auf, ich möchte die Mail vielleicht erst morgen schicken. Auch das ist möglich. Oder andersrum, diese E-Mail ist für mich gerade nicht relevant. Da reicht es mir aus, wenn ich die nächste Woche nochmal zur Wiedervorlage habe. Dann ist sie erstmal aus dem Gedächtnis raus und kann mir das später anschauen. Ist es eine wichtige E-Mail, genau andersrum kann ich die anpinnen, sodass ich hier auf dem Laufenden bleibe. E-Mail-Sicherheit wird nach eigenen Aussagen hier groß geschrieben. Finde ich sehr gut. Die Daten werden nicht weitergegeben. Das ist ein großes Wanko, wenn man Gmail oder anderes nutzt, da weiß man, die Daten, die sind halt alle weitergegeben. Hier habe ich die PGP-Verschlüsselung mit drin und kann hier eben Encrypted, also sichere E-Mail-Kommunikation aufbauen. Habe ich zum Beispiel eine Kommunikation mit der Bank oder mit Kunden, bei denen das relevant ist, habe ich die Funktion mit drin, die E-Mails wirklich zu verschlüsseln, wenn ich sie verschicke, damit sie von Dritten nicht ausgelesen werden können. Finde ich genial. Zum Datenschutz gehört natürlich auch keine Werbung und kein Data-Mining und das Einloggen nochmal abgesichert über Touch-ID oder Face-ID. Das sind die ganzen Funktionen, natürlich nicht nur für Mobile, sondern das Ganze gibt es hier für alle Endgeräte. Der Preis, und das ist das Interessante, steht zwar hier mit 20 Euro pro Jahr und da habe ich fünf Endgeräte mit drin, aber ich logge mich hier in meinen Account einmal ein. Hier kann ich für den Mac für fünf Geräte für 70 Euro Lifetime das kaufen oder als Cross-Plattform, also für meine mobilen Geräte und für meine Mac-Geräte für 99 Euro Lifetime. Ich habe zwar auch eine Free-Version drin, aber da sind dann diese Kalender-Funktionen, Dunkeltexte, die AI-Funktionen, die sind dann eben alle ausgeblendet, das kann ich dann nicht mehr nutzen. Von daher denke ich, das Upgrade für 100 Euro einmalig lohnt sich auf jeden Fall. Probier es einfach aus. Warum ich das allerdings nicht nutze, ist folgendes. Ich habe hier die Funktion Alle Konten. Das finde ich sehr gut erstmal, dass ich nicht meine einzelnen Konten durchgehen muss. Aber ich habe eben private Konten und ich habe Business-Konten und das hätte ich gerne geteilt. Ich möchte in der Inbox alle Informationen zusammen haben für meine Business-Kunden oder alle Informationen zusammen haben, die mich privat betreffen. Das geht hier leider nicht. Ansonsten hätte ich dieses Tool bereits verlängert. Ich habe das sogar schon gekauft, muss es dann allerdings wieder zurückgeben, weil ich festgestellt habe, hey, ich habe nur einen Posteingang, der wirklich für alle Informationen aus allen Postfächern gilt. Und ich habe keine Möglichkeit, das zu ändern. Der Support hat das leider bestätigt. Hier gibt es keine Möglichkeit, verschiedene All-In-Boxes nach Kategorien anzulegen. Von daher fällt Canary Mail für mich raus. Ist das für dich nicht relevant? Ist dies ein geniales Tool? Okay, der zweite auf der Liste ist Postbox. Postbox nutze ich selber seit, ich glaube, fünf Jahren. Ist ein wunderbares Tool für Mac und Windows erhältlich. Das Schöne ist, dass genau das hier geht. Wie auf dem Bild zu sehen, ich kann mir eine All-Inbox-Work machen, eine Inbox-Personal und kann sagen, was möchte ich denn in dieser Inbox eigentlich haben? Und hier kann ich meine verschiedenen Inboxes aus verschiedenen Accounts dann zuordnen und kriege diese dort sauber abgelegt. Außerdem habe ich davon getrennt nochmal den OnMyMac, also einen Local Folder, zum Beispiel von meinen Backups, die ich dort automatisch sichern kann, damit, wenn mal in der Cloud irgendwas passiert, ich immer noch eine lokale Kopie meiner Daten habe. Vom Design her ist dies meines Erachtens sauber aufgeräumt. Es ist jetzt nicht so ganz modern wie die anderen. Das ist aber reine Geschmackssache. Es ist ein sauberes, cleanes Layout. Ich kann das alles beliebig anpassen. Clever finde ich, dass ich hier meine Diskussionen sauber zusammengefasst habe. Und über Quick Reply kann ich direkt auf eine E-Mail antworten, ohne groß auf Antworten klicken zu müssen und so weiter und so fort. Sondern ich kann hier einfach meine kurze Antwort reinschreiben und die wird dann als E-Mail verschickt. Das finde ich eine extreme Zeitersparnis. Dann habe ich hier meinen Wonder Writer mit drin. Das heißt, ich kann in meinen Vorlagen wiederum Platzhalter einfügen. Finde ich sehr clever gelöst. Zum Beispiel im Platzhalter, wenn ich antworte, möchte ich in meinen Antworten immer den Vornamen oben direkt drin stehen haben. Und das kann ich als Platzhalter machen. Und bei jeder Antwort ist dieser Platzhalter dann gefüllt. Und das gilt für die verschiedensten Dinge, die ich hier integrieren kann. Toll gelöst ist, ich kann mir den ganzen Spaß auch als Code anschauen und den dann bearbeiten. Okay? Dann habe ich hier meine Kurz-Command-Zeile. Über einen Shortcut kann ich so über Quick Actions verschiedenste Dinge ausführen, die in der App erledigt werden sollen. Wie du siehst, gibt es hier auch eine Hell-Dunkel-Variante von der App. Das funktioniert alles wunderbar. Gibt es gar nichts zu meckern. Hier siehst du, dass es verschiedenste Layouts gibt. Du kannst hier zwischendurch auch noch eine Message-Bar öffnen mit verschiedensten Attributen. Also du kannst hier Text vergeben. Was ist zum Beispiel Thema Design, Thema Marketing, Thema, das lese ich später, was auch immer. Dann kannst du hier die Text angeben und es wird automatisch nach den Favorites-Topics dann sortiert. Hast quasi hier intelligente Ordner, Smartfolder, wenn man so möchte. Vom Preis ist das Ding unschlagbar. Und zwar zahlst du 29 Euro pro User als Lifetime. Und das ist echt genial. Das heißt, du brauchst wirklich nur eine Lizenz für 29 oder 49 Euro, wenn das Angebot jetzt weg ist. und hast damit eine Lifetime-Subscription. Sehr genial, toller Preis und ein tolles Tool. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Warum möchte ich dann trotzdem gerade wechseln? Nun, vom Design her hat sich in den letzten fünf Jahren hier nichts geändert. Das muss jetzt nicht schlimm sein. Aber es sind auch keine neuen Funktionen wirklich groß dazugekommen. Schaut man sich die Roadmap an, sieht man, dass eigentlich nur noch ein bisschen Wartung gemacht wird. Seit mehreren Versionen, also hier wird mal was gefixt, hier wird mal was gefixt. Dann kriege ich vielleicht nochmal eine Integration ein bisschen dazu. Aber dass jetzt wirklich mal tolle neue Funktionen dazugekommen wären, das ist echt lange her. Und das merkt man dem Tool leider dann auch an. Also ich muss hier schon wirklich weit zurückgehen. Hier bei den Siebener wurde dann irgendwann mal, das ist aber auch schon wieder Jahre, möchte ich fast sagen, ja, wurde mal wirklich was Neues eingeführt. Aber seitdem, ja, wird das zwar noch gewartet, das ist gut. Aber es kommt nichts Neues mehr hinzu. Und ich möchte jetzt aktuell ja das Thema KI mit drin haben. Und da komme ich jetzt zu E-Mail-EM-Client, wie er so schön heißt. Punkt eins, ich kann hier meine ganzen Business- und privaten E-Mails integrieren und sauber ordnen und eine Inbox pro Gruppe erstellen. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist das Absolute, was das Tool machen muss. Dann habe ich meine Kalender und Aufgaben, die ich hier synchronisieren kann. Sehr praktisch, zeige ich gleich, wie das aussieht. Dann kann ich meine Kontakte synchronisieren, wenn ich das möchte. Ich habe die Funktion Notizen mit dabei und ein Chat, den ich integrieren kann. Das ist für mich jetzt nicht das Wichtigste, aber die Notizenfunktion finde ich genial gelöst. Das Ganze ist synchron, dann über mein Mac oder wenn du Windows hast, Windows und für die mobilen Geräte. Die App sieht auch schick aus, macht alles das, was es soll. Und ich habe hier ein kompatibles Werkzeug. Ich kann hier nämlich wirklich alles integrieren in den Standardformaten. Also nicht nur das, was hier steht. Ich habe hier wirklich weitreichende Integrationsmöglichkeiten in allen Standardformaten. Okay, wenn wir uns das Produkt anschauen, hier E-Mail, was haben wir da? Sehr sauber vom Aufbau, das zeige ich gleich nochmal in Groß. E-Mail schreiben mit KI ist dann möglich, KI-Unterstützung. Und die Einrichtung geht relativ selbsterklärend. Dann habe ich hier ebenfalls die PGP-Verschlüsselung mit drin. Falls das notwendig sein soll, kann ich das sehr schnell ein- und ausschalten. Finde ich ebenfalls toll. Ich kann meine Posteingangskategorien erstellen. Für mich absolutes Muss für meinen E-Mail-Client, weil mein Postfach sonst extrem unaufgeräumt ist und Privates mit Business vermischt ist, möchte ich nicht haben. Dann haben wir hier die Schnellaktion. Ich kann also auf die wichtigsten Dinge schnell zugreifen, kann mir auch für alle möglichen Dinge Regel erstellen. Ich habe hier einen Schutz für E-Mail-Tracking mit drin. Die Privatsphäre wird geschützt. Finde ich sehr gut. Ich kann Nachrichten später erst zuschicken. Ich sehe, ob die Nachrichten sauber verschickt wurden und auch gelesen wurden. Ich kann mir auch ein Fenster einstellen, um Nachrichten, die ich vielleicht verschickt habe, nochmal zurückzuholen. Das heißt, ich habe hier eine Latenz drin zwischen dem Abschicken und dem tatsächlichen Abschicken, um, wenn hier zum Beispiel ein Tippfehler mir nochmal auffällt oder mir irgendwas Fehler unterlaufen ist, die Nachricht einfach nochmal zurückzuholen. Und das korrigieren zu können, finde ich eine sehr witzige Funktion. Cloud-Speicher werden unterstützt von Dropbox, OneDrive, Google Drive, OnCloud, Nextcloud. Also die wichtigsten sind hier integriert, um direkt in den E-Mails mit Files arbeiten zu können. Ich habe hier einen E-Mail-Übersetzer mit drin. Ist die Mail also auf Deutsch, kann ich hier mit einem Klick das Ganze auf Englisch oder jede andere Sprache übersetzen und das Ganze auch in die andere Richtung. Und dann gibt es hier noch ein paar zusätzliche Sachen. Die Unterhaltungsansicht, ich sehe also nicht 1000 E-Mails, sondern die werden sinnvoll zusammengefasst als ein Chatverlauf. Das ist dann auch die Thread-Ansicht an dieser Stelle. Ich habe die E-Mail-Regeln, kann mir Vorlagen und Signatur erstellen. Gut, das haben alle anderen Tools auch. Und ja, das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Okay, kommen wir zum Preis der ganzen Geschichte. Die sind nämlich ebenfalls sehr genial. Ich habe hier zwar die Möglichkeit eines Abos, aber ganz ehrlich würde ich nicht machen, denn die Einmalzahlung ist nicht viel teurer. Für 59 Euro hast du für drei Endgeräte alles integriert. Das Update kostet dann um die 39 Euro. Das heißt, das kommt aber nur dann in Frage, wenn es ein Upgrade gibt. Also, wir sind gleich bei Version 10. Wenn du von 10 auf 10.1, 10.2 kommst, ist das alles mit drin. Dann gibt es irgendwann die Version 11, dann müsstest du ein Upgrade machen. Also musst du nicht, aber wenn du das Upgrade machen willst, dann musst du dafür etwas zahlen. Wenn du sagst, nee, pass auf, ich möchte alle Upgrades auch mit drin haben, also nicht nur alle Updates für die aktuelle Version, sondern auch alle Upgrades für künftige Versionen, dann bist du bei 150 Euro nach wie vor für drei Endgeräte ein super Preis. Hast du mehr Endgeräte, kannst du in den Business-Tarif gehen. Sagen wir, du hast fünf Endgeräte, dann bist du hier bei 223. Das sind dann 44 Euro, die du pro Endgerät zahlst. Geht natürlich weiter hoch. Wenn du sagst, ich möchte das als Lifetime-Upgrades haben, dann bist du bei 100 Euro pro Gerät. Der Preis wird immer besser, je mehr Geräte du brauchst. Also als Agentur würde es sich natürlich hier lohnen, dann bist du hier bei 10 Endgeräten nur noch bei rund 79 Euro pro Endgerät für lebenslange Upgrades. Für die meisten dürfte aber das Paket für 150 Dicke ausreichen. Vor allem sind die mobilen Clients derzeit kostenfrei integriert. Das heißt, wenn du dein Mac hast und du hast einen Laptop, dann sind zwei Lizenzen weg, aber du kannst immer noch dein iPhone, dein iPad integrieren. Das zählt nicht als weiteres Endgerät. Und insofern ist der Preis 149 oder 59, wenn du sagst, mir reicht das. Und wenn ich wirklich irgendwann mal auf Version 11 oder 12 wechseln möchte, dann mache ich eben hier nochmal den kleinen Aufpreis, den vergünstigsten, auch gut, dann bist du für 60 Euro dabei. Also, sehr genial. Wie du siehst, ist alles mit integriert, inklusive KI. Der einzige Unterschied zur Business-Version ist der Lizenzmanager. Eine Sache muss man allerdings noch berücksichtigen. In den Lifetime-Deals gibt es ein Kontingent für die AI-Funktion. Ich glaube, das sind 300.000 Wörter, irgendwie sowas. Wenn das aufgebraucht ist, dann muss man das erweitern. Im Abo-Modell ist das unlimitiert mit drin, aber wie gesagt, jetzt nur für die KI. Hier ist das KI-Add-on enthalten. Da steht es. Würde ich jetzt nicht aufs Abo-Modell gehen, sondern würde ich hier eher auf den Lifetime-Deal gehen. Da habe ich jede Menge Credits mit drin. Ich kann, wenn ich möchte, für 2 Euro im Monat dann immer noch das AI-Modul dazukaufen, beziehungsweise meine Credits stacken. Wenn ich es richtig verstanden habe, für 5 Euro habe ich dann wirklich extra Credits zur Verfügung. Und hier hätte ich dann ein Abo-Modell nur für die AI-Funktion. Das sollte man berücksichtigen, dass hier natürlich die AI-Credits limitiert sind, da dafür EM-Client natürlich selber zahlen muss. Okay, damit bleibe ich euch noch eine Antwort schuldig, für welches Tool habe ich mich entschieden und warum. Und genau das erkläre ich in dem jetzt eingeblendeten Video, beziehungsweise im Link unter dem Video. Dort zeige ich dir meine Auswahlkriterien und welches Tool aus meiner Sicht hier das Beste jedenfalls für mich ist. Und vielleicht gibt es dir auch den ein oder anderen Hinweis, wie du deine Recherche abschließen kannst, damit du nicht nur recherchierst, sondern auch mit einem richtigen Tool durchstartest. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Ciao, der Marco.